Wir sind jetzt wieder hier im Außengelände, allerdings ein bisschen höher als eben. Wir sind jetzt auf dem Friedhofsgelände selbst. Wir haben hier auf dieser Tafel eine Übersicht über das Gelände, sodass Sie das gleich schön sehen können. Wir sind hier bei diesem gelben Punkt auf der untersten der drei Friedhofsebenen. Hier die Nummer zwei, die markiert einen wichtigen Punkt. Das ist nämlich die Grabfläche, auf der die Ermordeten, also die Euthanasieermordeten, die man zwischen 1942 und 1945 getötet hat, wo man die bestattet hat. Die Nummer zwei bezeichnet außerdem den Ort, der 1964, wie ich vorhin erzählt hatte, in die Gedenklandschaft umgestaltet wurde. Wir haben dann einen fließenden Übergang zu der nächsten Fläche mit der Nummer vier. Dort hat man die Patienten, Patientinnen beerdigt, die zwischen 1945 und 1949 hier in der Anstalt gestorben sind. Wir haben hier eine gestrichelte Linie, weil wir nicht genau sagen können, wo die Gräber aus der Tötungszeit enden und die Gräber aus der Nachkriegszeit beginnen. Nachdem diese große oberste Ebene des Friedhofes voll belegt war, hat man den Friedhof zweimal erweitert, und zwar jeweils um die darunterliegenden Ebenen. Hier die Nummer fünf, das ist die Ebene, auf der man ab 1950 circa Menschen beerdigt hat. Und die Ebene mit der Nummer sieben ist die Fläche, auf der man ab circa 1960 Leute beerdigt hat, bis der Friedhof 1966 geschlossen wurde. Der große Vorteil dieser Tafel ist, dass es dadurch möglich ist, dass sich auch Einzelbesuchende, die hier ohne Erklärung, ohne Guide das Gelände besuchen, sich eben trotzdem hier orientieren können und sehen, was wann wo passiert ist. Und das ist alles, was Sie sehen, dass sich auch ein paar Jahre einsam, dass wir im Leben stehen, das ist wichtig. Und das ist das Bild von der Nülinie, um zu verabschieden, was wir haben jetzt nicht so viel in der Nüте. Und dann kann man das Weg sein, was wir heute machen. Vielen Dank.